keine antwort na gut okay so bericht an den jte abgeben oh level 3 er bedankt sich jetzt ja mein onkel kommt jetzt her und meine tante und die labern sowieso jetzt drei vier stunden ach so hier unten zu marcel welche waffe soll ich denn kaufen kartofellchen so ihr hört mich die ganze zeit nicht mein akku war eben leer ich habe die ganze geräte mein akku war leer ach so dann habe ich controller gewechselt nach so ja ich nehme hier auch mit und du brauchst am anfang keine waffen kaufen weil du kommst so schnell level ab und jedes level gibt es neue waffen alles klar also dann machen wir nicht so ich muss eine revierbelagerung fahren ja noch mal kann ich das schon mit dir machen nein ich weiß ja ich war ein hauptquartier großen ja dann können wir das machen aber wie kommt ich habe keine ahnung ja ich mach das macht das ich will jetzt level 3 das weiß ich rauben sie mich jetzt aus immer raus aus dem hauptquartier ich bin raus auf der aus dem hauptquartier muss das mir eigentlich angezeigt werden hier stand nämlich auch im freund einladen ja gute frage jetzt wir können der gruppe nicht beitreten weil sie sich auf einer anderen karte ich muss aufpassen weil alter hier habe ich irgendwelchen mpcs die bei mir mitspielen die behindern mich eigentlich ja ohne scheiß ich will schießen da geht es doch vor mir warte ich mach schnell eine mission ja so eine nebenmission ganz schnell gut gut also ich dachte denis kauf dir die division man das bringt ich will nicht mehr mit uns spielen ja aber die machen das das läuft ja über den hersteller über obis auf die kinder nicht einfach du musst ja bedenken das ist ein pc gekauft ist ziemlich viel gekostet hat und so viel gewinnen machst du auch nicht ich meine weil du dich schon besser hast ne dank ehrlich schon alleine durch arg und lol habe ich schon den größten gewinnen die beiden spieler machen mir einfach so unglaublich spaß die kannst du einfach ewig zocken die will kannst du auch ewig zocken so ist es nicht die musik ist geil so alter das fuppen uns alter voll dumm alter alter was für geile tiere es bald gibt fach ich habe fast gleich keine munition mehr alter wir sind auf einer anderen karte das verstehe ich ja schon jetzt mein haupt hier rein nein 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 nicht runter oh scheiße das war kacke hier zur reise sind kranken hey ich kämpfe doch gar nicht mehr drei stunden so den nächsten platt immer gleich auch ins hauptquartier wenn ich auch da bin ja mache ich so neues ziel erreicht das ist aber ganz viele habe ich sowas wie gegner markieren oder sowas ja du kriegst die fähigkeit wenn ich mich beideschalte wie lange kannst du die lucht anhalten warnung feinde nähern sich ihrer position was ist denn ein game mit trodon das ist jetzt eigentlich ziemlich easy wasser das spiel gefällt mir immer mehr ja das ist scheiße was wieder dass das ich glaube dass wir dich freuen ich habe du gesagt was die anderen leuten gesagt haben das ist doch scheiße wo auch 15.000 was hier ist Ne, doch, die musst du ausgucken hier so ein bisschen. Das Blümchen habe ich damit schon gegossen. Okay, ich hoffe, das sind jetzt alle, die ich erledigen musste. Meist du, soll ich alle Sachen sammeln von den Typen? Ja, nimm einfach alles mit, dann kannst du alles verkaufen. Ich mach das auch mal alles mit, dann verkaufst du alles und dann hast du voll gekohlt. Oh, jetzt. Ja gut, aber du brauchst ja echt, du musst ja echt nah kommen. Das ist für manche richtig übelstviele Abschlüsse, dass sie sterben, also für diese Spezialgegner und so, diese Bosse, das dauert schon. Also ich bin jetzt in der Basis, komm du auch mal. Ja, ich mach nur die Mission zu Ende. Ey, bei ARK, den stärksten Dinosaurier zu zähmen, ne? Dauert 17 Stunden und 6 Minuten. WTF. Alter, du musst zwei Tage durchzucken, damit du den gezähmt hast. Darauf hätte ich schon echt keinen Bock, man. Das ist so, Alter. Das ist ja immer voll weh, Alter. 17 Stunden, Mann. Und 6 Minuten, eine Sekunde steht dir. Da find ich schon Far Cry besser. Wie lange? Wie lange brauchst du denn? Drei Sekunden? Reicht ich nicht. Kann man bei Far Cry jetzt auch 10, oder? Ja. Bei 5. Das ist Line-Side. Technisch. Das ist cool. Ja, also hier ist mindeste, brauchst du immer 13 Minuten. Das hältst du 10 bis 13 Minuten. Ich kann auch sein, Marc Schief, dass ich ein zu hohes Level einfach habe. Dass du ein zu hohes Level hast? Kann sein, ne? Ja, das kann sein. Ich habe aber schon mal einen zweiten Charakter gestern Abend erstellt und diese Tutorial gemacht. Ich habe schon ein bisschen vorgesorgt. Oh, von mir aus. Oh, Schutz, äh, Schutzpanzer. Nice. Das nehme ich mir mal. So, warte, ich versuche es sich jetzt mal einzuladen nochmal. Ja. So, gucke. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Oh. Aufführen, endlich mal. Weil sie sich auf einer anderen Trake verbinden. Also ich habe jetzt irgendwelche Gefahrzone, bin ich, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr sterben kann oder sowas. Wo bist du? Irgendwo da, wo ich nicht mehr sterben kann, also nicht mehr sterben darf. Wo bist du denn gerade? Weil ich bin, ich bin, ja, Revierbelagerung muss ich irgendwie den Anführer, der Plünderer ausschalten. Ach so, ja, das ist eine Mission, ne? Ja. Okay, ich wechsle dann jetzt auch mal den Charakter. Gut. Dann weitermachen. Ist ja scheiße, dass wir... Oh, shit. Ja, okay, dann hätte ich dich auch einfach ganz schnell hochleveln können, das liegt wahrscheinlich daran. Wie behindert ist das denn, Mann? Um den größten Flugsaurier zu zähmen, brauchst du sieben Stunden. Nicht schlecht. Oder eine Stunde dreißig. Ich hätte überhaupt gar keinen Bock, das zu machen. Sieben Stunden durchgehen, Alter. Müssen wir ja nicht. Ja, durchgehen. Du musst halt bei ihm sein. Du musst ihn die ganze Zeit füttern und Narkotik, damit er weiter schläft. Aber ich mag nicht solche Spiele, wo du echt immer mal was machen musst. Egal, ob du jetzt offline bist oder nicht, weißt du? Das mag ich nicht. Oh, oh. Oh, oh. Ja, du musst ja offline, musst du ja dann nichts machen. Du musst halt irgendwann mal die Tiere füttern. Weil die sterben so nach drei Tagen, wenn du nicht spielst. Okay. Außer du spielst natürlich offline. Wir spielen halt auf dem Online-Ferber. Das ist die ganze Zeit. Offline bleibt bis dahinter stehen. Frag ich mir fast tot. Ich bin tot. Scheiße. Der Plünderer ist richtig stark, Alter. Ja, ich komme dann. Lass uns das einfach zusammen. Alter, ich habe eben mit so einem Russen gespielt, ne? Alter, die hatten so eine richtig übertrieben heftige Mission, Alter. Das war so schwer. Okay. Das ist auch nicht so wie Far Cry, so easy peasy. Da kommen später noch richtig übel schwere Gegner. Warte mal, ist Far Cry 5 draußen oder was ist damit? Ja, das ist ausgekommen, die vorletzte Woche oder so. Oder letzte Woche. Gucke ich mal, wer Steam, wie teuer das ist. Wenn es über 40 Euro kostet, kochen. Ich warte auch noch, bis es geht ja. Was? Klar kostet es über 40 Euro. Ah. Sind es die Euro wieder kosten? Nein, ich glaube auch nicht. Bei Steam ist es so, die haben ja von vornherein keine großen Angebote. Wenn das Spiel rauskommt, kostet es Originalkreis. Wie kann ich die Mission unterbrechen? Aber in Sommer und den Winter. Also geh einfach aus diesen Raum raus. Da oben ist doch dieses Viereck, ne? Dieses farbige Viereck auf der Karte. Und dann geh einfach da weg. Und bricht das ab. Hier wird ich gekommen. Ach so, hier muss ich glaube ich runter. Und das geil ist, das Spiel hat auch nicht so lange Ladezeit, ne? Ist mir aufgefallen. Okay. Nicht so wie Fallout, Alter. Bei so einem Tag. Ach Fallout, hör auf. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich jetzt gehen soll. Fallout lädt jeder Scheiß. Ich glaube hier. Oh geil, ich habe was gefunden. Nice one. Erste Hilfe-Set. Kann man hier immer was finden oder was? Ja. Okay. Jetzt hier wahrscheinlich. Also mir zeigt jetzt nicht wirklich, wo ich rausgehen soll. Wenn I grow up. 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 Ich bin Level 3. Warum steht da die ganze Zeit, die befinden sich auf einer anderen Karte? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Vielleicht muss ich mal diese Mission zu Ende machen. Vielleicht gehört da zum Tutorial oder so. Ja mach einfach mal. Scheiße. Ich bin jetzt. Ich habe jetzt zwei Minuten gebraucht, um rauszukommen. Und da vielleicht musst du einfach die Mission wenden oder so. Warst du eben auch schon in der Mission drinnen, wo ich das versucht habe? Äh. Ich weiß nicht. Welche Mal du meinst? Naika, ich mache mich eben fertig. Ich glaube, ich fahr jetzt gleich. Gut. Ich bin mal kurz weg. Na gut. Hast du schon diese ganzen Flügel aktiviert? In dem Hauptfahrzeug? Flügel? Haben alle Computer hochgefahren? Ja, Computer habe ich hochgefahren. Genau. Da habe ich ja jemanden gerettet. Okay. Jetzt muss ich irgendwie nach oben gehen, damit ich den Allführer erledigen kann. Achso, du bist gerade auf diesem Dach, ne? Ja. Ja gut, dann mach das schnell. Das schaffst du schon. Das ist ja nicht so schwer. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen unterstützt den Gegner. Der hat ziemlich viel, ähm, Leben. Der Wichser. Aber egal. So, auffüll am besten nochmal. Inventar voll. Guti. Warnung. Feinde entdeckt. Gut. 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 Alleinерыstrategie. Die schlagen wir. Ohne sie ihre viele Cutecher… Achso, ich muss immer hallten. Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Scheisse. Und zeigt die Wicht auf! Der Brotland, ich bin raus! Kiss die Tauern! Denkt mich nicht auf! Der Brotland, ich bin nicht schlafen! Und dann kommt die Höhle, weil ich... Der Brot ist frei! Die ist ein Aspen! digga 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 nee das tat noch ein bisschen alter verschwone verschwommener sicht und getrieben haben der operationsbasis fuck alter die sind voll schwer okay so der ripper ist geblieben so der lady der wichser wo denn laberich das vor mir also ich erkenne ihn gar nicht und du hast so viele möglichkeiten dazu also von angst die sachen zu verändern das nicht okay die ganze zeit um gucken wir noch mal auf hier was hier finden da ist was deine waffen kannst du halt auch die ganze zeit bearbeiten upgraden auch ne upgraden nicht also soweit ich weiß noch nicht keine ahnung also du kannst halt immer besser kaufen so jetzt dach hinab klettern und das geht nach farben das weiß also weiße farbe ist dann kommt dann blau dann lila und gelb dann haben deine waffen so bonis und so also auf nach man hätten oder sowas ja manchmal ich glaube dann kann ich mit dir zocken wahrscheinlich ja ich wechsel auch noch mal den charakter für meinen anderen auch da muss ich ja da muss ich dann werde ich wahrscheinlich jetzt fliegen nach man hätten danke mir dir bestimmt zocken wahrscheinlich ich weiß es nicht aber bis jetzt konnte ich ja mit gar keine spielen spielen wahrscheinlich ja das kann auch gut möglich sein also wenn du leveln musst das wäre scheiße erstmal auf mein level kommen so jetzt kommt ein filmsequenz nimmst du noch auf gerade oder? ja ja ich also da ich angefangen habe wieder zusammen nehme ich auf ja wie ich dir gesagt habe die haben die hälfte des staates abgeschnitten abgeschnitten scheiß wichser ist der rest von uns sitzen die zum heli waren die sich viel arbeit unglaublich dass es jetzt wirklich so weit ist dann los oh man hubschraube ist explodiert geil ihr fresse ist kaputt und wir sind bewusstlos ich glaube dann bist du gerade noch nicht mehr in diesem riesigen hauptpartei gewesen oder? da wo ich upgraden kann nein da war ich nicht ach so da musst du hin du Aki ja aber ich war da bei diesem kleinen Hoster ich dachte das ist meine hauptpartei ach so nein in dieses große Muster ach so ja da gleich wird es gehen ja deswegen ich habe mich schon gegründet ja alles gut so verbindungsaufbau und das habt ihr glaube ich gleich so gut wie gehen und jetzt musst du noch mal so ein kleines Stück gehen du zu diesem Hoster ja das ist also quasi das was ich bei Beta gemacht habe ja genau massive entertainment unglaublich dass es jetzt wirklich soweit ist gute arbeit agent ok jetzt kommt eine 156 wieder da kommt er da los also da ist gerade dieser helikopter oder so ja bleiben sie wach ah ok dann weiß ich jetzt ja jetzt sagt sie bleiben sie wach ich brauche sie ja ja genau hey halten sie durch oh man ist das volle emotion alter ich bin voll drin hey halten sie durch ja ganz wie oft kann man denn so eine drastische szene mal wiederholen bleiben sie wach ich brauche sie ich brauche sie da bleiben na und ich stehe auf als ob es nichts passiert wäre hören sie das wird wieder hey momentan geht es in Wendung ja shit die explosion hat den commander getötet oh nein ja mein Job sind tot den erledigen wir es ist nur Landung in einer Minute sie müssten erst gleich auf der rechten seite sehen den vision tom classes ich hoffe das spiel ist nicht zu laut vielleicht muss ich mal gucken oh ne die sind alle entweder tot oder werden vermisst ne synchron Synchrosprache ist einfach ähm verschiebt sich aber die person redet schneller als ähm also die person bewegt den mund schneller als redet voll scheiße so als die Stirn noch rauskommt und die Hatzenpeer! Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, ja. Gut. So, Optionen, Optionen, eventuell Einstellungen, Audio. Machen wir alles auf 60% einfach. Meschung. Heiken. Äh. Na gut. Haben wir alles. So, jetzt ist alles so, wie es ähm... Bei Beta war. Alter, ich will das jetzt alles kaputt, ne? Ja. Dann müsstest du ja jetzt theoretisch noch meiner Karte erscheinen. Ne, noch nicht. Ach ne, du bist ja... Du bist grad gelandet, ne? Ich muss jetzt zu einem JTF-Officer gehen. Ja, ich gehe einfach raus, gleich. Ach, da muss ich lang. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Siehst du mich? Ne, ich hab dich in Gruppe eingeladen. Muss du an den rechten Stick, glaub ich, reindrücken, oder? Alles gut, ich komme schon. Du bist jetzt hier vor meiner Tür. Ich bin jetzt vor deiner Tür. Äh, das lädt sich gerade, weil... 20% gerade. Ach so, ja, jetzt kommst du in mein Ding. Uhhh. Suche Anschluss. Du hast eine Trophäe erhalten. Oh, das hat mir so gefehlt, einfach. Haha. Marcel, da ist der Marcel. Richtiger Nigger. Wie machst du das? Äh, Fall nach unten. Ja. Bedrückt halten. Ja. Und dann mit dem rechten Stick auswählen. Hast du so Emotionen, ne? Hallo, du Wixer. Hahaha. Haha. Hahaha. 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 Äh, was haben wir denn noch? Ah ja. Hallo. Heil Hitler. So, Heil Hitler. So, was haben wir denn noch? Das war's? Nichts mehr? Schade. Na gut, okay. Gut, Marcel, dann sagst du mir mal bitte, äh, was wir machen sollen. Da werden dir schon Missionen angezeigt. Äh. Gut, Marcel... Ich fähre die� pied des Langbauchungen. Jesus, eigentlicher infiltrat. Vielen Dank.